Geld 2 1, 2, 3, 4 2 Dafür 1 Dafür 1 Macht 2 Macht 2 Macht 4 Arbeiter Und so ein Cut-Priester Da krieg ich noch einen Paster Da kriegt man auch jede Runde ein? Ja, überall wo eine Hand ist Ich habe mal Fragen Was bedeutet das, dass ich jetzt einfach 3 Grundstelle bauen? Nein, du darfst eine Stadt gründen Mit nur 3 Gebäuden Die aber immer noch Bei dir einen Machtwert von 6 haben Das ist super Dann haben wir schon über Stadtgründen Dann ist das Vergehen Also ich fang jetzt einfach an Ich fang an, ok? Nein Doch Warum müssen immer Leute Stadtspieler machen nicht so weit weg von mir Du musst einfach mal als erstes passen Dann darfst du auch Ich fang an Ähm Hat 1 2 2 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 7 10 9 10 10 10 11 11 11 9 10 10 10 12 11 12 11 13 14 15 14 15 15 15 15 16 15 5 er war da habe ich was sie was das ist an die Arschkarte ist die ganze Spiel das Haus mal jetzt nur eine einzige die abstaunen kannst du kannst ja auch jetzt ne neue auf ein paar kann ich überall egal wo ich eine steht ich hab doch gemeint wenn du eine ein Schiff baust das darfst du also es ist eine neue Flussfeld ja ja das ist ja indirekt nachbarschaft nachbarschaft und du darfst ja ok ja ich bin da jetzt nicht dran also ich bin jetzt bist du dran ich geh jetzt mal sicher auf Masicher und hol mir da mal sieben Geld das soll ich mir holen ey das war mir knall ich hab bedenkt dass du das gleiche am Anfang machst das war das oh man das war jetzt nicht nötig doch Stefan ich hab das Geld gebraucht du weißt doch ich brauche Geld im Spiel ja ja so ja dann nimm hast du es schon genommen ja natürlich ja dann bist du dran ach Stefan die habe ich dir gebraucht also passt schon ne jetzt ist voller ich sagte jetzt kann ich es sehen du bist drin gell ja 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 was ich denk nein das wäre echt sinnvoll zu machen ne ne ja das wäre echt sinnvoll zu machen ne ja aber jetzt Geld auch ne knapp ne ne tja ich hab mir meine Geld oder gut ich hab ja jetzt erstmal Kies zu holen das sind zwei ja mehr so ist jetzt blöd ja gut also ich tue jetzt auch die zwei für ein zwei Geld eintauschen du den weg und so und du hier auch eins aufsteigen ja jetzt können wir das Spiel abrufen jetzt bist du da ähm wenn ich jetzt hier die vier weg tu kann ich ja dann hierher tun wenn ich den dafür haben will ja das ist aber sehr teuer ne ja das ist schon sehr teuer was soll ich sonst machen du hast dann nur noch ne darf ich einen Moment nicht machen ne wir haben jetzt schon wieder neun oder ne ja wir haben ne neun oder ne fünf ja hä aber du hast doch hast du das halt in zwei du könntest zum Beispiel jetzt die vier lasst du es lässt erstmal da drin ne ist auch eine vier du könntest jetzt mit dem da da eins da aufsteigt dann bist du bei zwei und dann müsstest du nur zwei ah ja das ist immer noch zwei du bist rot ja dann nimmst du die warte es deck mal ab ich meine mein gezogen da und dann tue ich die zwei weg und du die vier noch weg ja aber ne das geht jetzt erst in der nächsten runde das können wir ok ach so ja stimmt wir haben hier und jetzt ist er angekommen so ich nehme jetzt da so ein Ding ne stell das mal da drauf 1w3 und dann krieg ich jetzt vier Macht ja und wer kann ich glaub ich nicht mehr machen ja ist ja schon wieder scheiße ja und jetzt ist der Ilan darf ich jetzt einfach mal da ein Versorgung und dann kann es keiner das ist gut nee der Stefan kann es scheiße nein nein ist er selber und das wäre ich auch tun was wir es machen müssen wir nicht die Brücke weglaufen ja ich könnte jetzt schon stimmt gut dass du mich daran erinnerst nein 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 das ist nicht gesagt ich hätte vielleicht was anderes kommen ich bin so blöd ja wann hab ich das gemacht was wolltest du dir die zwei Schaufel da oben holen ich bin echt durch scheiße Stefan ja ja ich kaufe mir jetzt nicht da so ein Haus ja das ist eine feste aber wo willst du es machen stimmt das lohnt sich nicht wenn ich es da das wird sich nicht so lohnen ich könnte mir so eins kaufen wo da wieder ja das wird sich auch nicht so lohnen es wird sich eher lohnen wenn ich da so ein Haus hinbaue genau oder da ein normales Haus weil ich schätze mal da so ein Haus bin am meisten da ist ein anderes Haus du könntest auch hier deine zweite Siedlung anfangen ne ja aber ich kann ja nur ein Haus bauen setz dich mal ja und da es in dieser Runde Siegpunkte für diese anderen Häuser gibt oh das habe ich ja gar nicht gesehen und ich bald rundentechnisch tot bin aber kaufe ich mir mal hier vier Stück den muss ich fester nehmen ich bin dran ne ne nichts verpasst ich bin ein Problem ich gebe dir jetzt drei Geld äh drei Dinge die Dünnteiler oh da kriege ich nein ich kriege doch keinen Zwei Mark wir kommen jetzt langsam wieder in den ich kriege aber zwei Mark wir kommen jetzt langsam wieder in den ich kriege aber zwei Mark ja ne du in den ein Mark wo gestern die Kamera auskacht wie ist der Akku ich weiß nicht nur wo gestern ist der Akku der Akku sieht noch eh aus das klingt noch nicht ist er rot nein ist gut ich habe die Displaylichkeit ganz dumm gemacht also du hast dir dann Macht gelacht? ja also warte jetzt du gehört ja alles kratscht so du bist fertig ne warte dann nutze ich mal deine Macht meine Macht was machst du mit der Macht? achso ja schaß nein verdammt die Ablegung hat auch wirklich knappt du bist so ein Arsch äh warte mal ja wo dann bist du dran ja ähm was zählt denn da als wenn ich die hier jetzt wegschmeiße die die hast du glaube ich schon weggeschmissen ne die kannst du die anderen zwei neid um die kannst du neid um ja ich glaube das hält jetzt noch nicht als zu nein du darfst jetzt die vier nutzen ja geb mal schaum da das ist doch scheiße du grab jetzt mal 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 die Bilder oben ja so mein Häuselstippchen kann ich ja noch mal hier stellen ein bisschen dann dann ist er jetzt einfach das weiter runter hier das bin ich jetzt überhaupt nicht noch für was jeder macht also dann mach ich da mein Haus und da noch drei eins zwei eins zwei und kaufe mir da so eine Villa und tausche die Gegend da und der Stefan kann guck ich verstanden das dann macht's gar nicht äh aber der kann die Züge machen wenn du es einsetzt wenn du es einsetzt wenn du es einsetzt ach so das geht nur einmal eins zwei drei vier fünf ne und ich krieg gleich mal Sex das fand ich jetzt echt gut das war geil das kann man öfter machen er kann man öfter machen das kann man öfter machen dann guck ich gleich mal auf und dann krieg ich das mache ich jetzt wahrscheinlich besser also wenn du ja alles die drei hast bei uns das nächste Mal find ich gut Stefan bekomme ich was er von dir ja ja scheiße war das Spiel kann ich das zurück machen nein auf keinen Fall ja doch mach also krieg ich keine Sex mach weil ich würde das viel lieber da hinstellen da bin ich auch dafür dass man das Spiel nicht abbrechen äh ich mein dass wir es doch jetzt abbrechen aber ist das ein Ort wenn ich das jetzt da hinstellen dann krieg ich ja auch Macht das ist auch fair das ist auch fair da musst du auch nicht so mit abgeben ja und der Juni hat den auch gemacht und wie viel nix eine zwei belüge den doch nicht ach so der kriegt zwei so er hat was gelernt er hat was gelernt wo ist der Apfelsaft jetzt fühlt mir das jetzt auch drei Arbeiter buddeln eine ganze Region quasi ich mein da ist ja auch nur ein Haus drauf ne so groß kann die Region nicht sein Respekt so Julian du bist aber ich fände es jetzt eigentlich echt besser wenn du das da gemacht hättest ne also ich mach hier eine Zweierding rein geh hier zwei hoch bekomm zwei Macht mach zwei ich geh hoch und jetzt lass mich weiter spielen ja ich muss wieder passen weil ich in dem Spiel absolut keine Ahnung weißt auch noch was ich mach wer hat das ja ich das ist gelaufen das ist gelaufen und ich nehm mir das er macht den Starterbecker ey ich markier den Starter ja gut ich hab sowieso und nicht mit viel zu tun ich kann jetzt nochmal Christen necken stellen ja das ist überhaupt aufzurecht ob da mal Christen steht ja dann nehm ich mal Christen und den jetzt wie viel ich dann habe jetzt gelesen gut und die meisten Tegner habe ich schon ich brauch nur noch drei gedötet musst du auch nicht oben rein ne also ich meine nur wenn dir irgendjemand gefährlich kommt müsst könntest du oben ne also oben auch und du kriegst dann aber drei Macht das ist halt nicht schlecht den hab ich abgegeben ja ich mach eigentlich irgendwie anders wie mit dem Christen da aufrüben ne dann halt höchstens durch solche ne wenn du die Festung baust dann darfst du äh einmal pro Zug äh einmal pro Runde da legt man dann halt auch so ein Ding drauf hier ne äh ein Haus kostenlos auf irgendein grünes Leben du könntest dann ja das muss grün sein das tut mir eigentlich nicht viel naja ich meine zum Beispiel könntest du wenn du hier bist könntest du das grüne da drüben ziehen achso irgendwo hier ja irgendwo ah das bringt mir natürlich wieder leer aber dann überhaupt nichts können was ist das was kann er da er soll ich gerade erklären das ist wenn du die Festung gebaut hast was er jetzt macht ja darf er in seinem Zug ähm ein Häuschen irgendwo auf was grünes setzen und das dürfte ich jetzt quasi jetzt sofort machen mhm jetzt könntest du es machen also dann könnte ich jetzt ne warte ne das wäre eine extra Aktion das kannst du erst wenn wir an achso wie bitte ich bin wahrscheinlich kann ich hier kein Häuschen hinstellen für 4 und 3 oder da muss ich den ersten Teil bezahlen schätze ich mal ja das ist schlecht jetzt überlege ich ob ich mir da hinten gerade so ein Handelshäuschen hinbaue weil es die Runde 3 Siegpunkte auf die Handelshäuschen gibt oh warte mal haben wir da dann kriegt der Dominik noch 3 Siegpunkte kriegt man diese ne das ich hab ich hab noch keine bekommen wurde ich davon ja ja ok dann kriegst du wie viel hast du gebaut 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 ja das du hast du eins gebaut ich habe mal vorhin du hast eine Festung gebaut ja das war eine der Runde das war eine der Runde ne der Runde war es nicht und ich hab was habe ich überhaupt gemacht in der Runde glaub ich gar nichts oder ne ich hab keine Handelshäuschen gebaut Also, jetzt würde ich mal sagen, weil ich das ja auch nicht kann... Momentan könnte ich nur so niedere Sachen wie ein Häuschen bauen, das mache ich in die nächste Runde. Weil es mir ja die Runde nix mehr bringt. Ein Priester könnte ich mir kaufen für 3 Macht, was ich jetzt auch mache. Das wäre dann halt klüger gewesen, erst das zu machen, ne? Ja, 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 aber ich hätte mir das falsch gedacht, diesmal. Bei anderen Dingen habe ich voll bereit... Wer hat die jetzt schon gepasst? Ne, warte, ich muss... Ach ne, ich habe ja schon gepasst, oh Gott, ey. Du bist dran. Ich muss wohl auch packen. Das müsste ja alles schon passen. Ja, du machst das echt geschickt. Ja, ich habe ja Geld genommen, ne? Du musst aber jetzt eins aussuchen. Ja, von den 3. Ich meine 6 Geld. Dann hätte ich diesmal ganz gerne... Hätte ich jetzt gerne die Schaufel oder hätte ich noch etwas anderes? Ich hätte gerne mal die Schaufel. Die Schaufel. Ich frage auf die Macht. So. Ich habe immer eine Frage, oder? Ja. Ich darf jetzt noch ein Freihaus bauen. Ja. Warte jetzt. Äh, wenn... Hast du noch einen Priester? Ja. Ja. Du weißt nämlich, wenn du hier... Wenn du bei 8 drüber bist, kriegst du 2 Schaufeln. Ah! Das ist... Das ist mir flüssig. Okay. Ähm, angenommen ist jetzt das Haus dahin. Ja. Und baue da noch ein Haus hin. Ist das dann Nachbarschaft, sodass ich das aufrüsten kann für 3 anstatt 6? Oder zählt das nicht zur Nachbarschaft? Das zählt dann zur Nachbarschaft. Aha, okay. Das ist ja ganz zu viel. Ich habe keine Nachbarn, ey. Du musst sie jetzt da noch herziehen. Naja, du hast hier genug Nachbarn. Ja, aber das ist noch eingelog der Escher. Vor Aufländer. Dann baust du hier halt auch ein Nachbar hier. Ja, weil's wie teuer Erde ist? 1, 2, Schaufeln? 3. 3 Schaufeln. Guck, mein ich doch! Ja, wird halt immer teuer. Also, ich könnte mal mal frei raussetzen. Ich schreibe von zwar schon da, oder? Ja. Du könntest auch schon mal dran denken, das irgendwie vielleicht zu verbinden, um am Ende das meiste Gebiet zu haben, ne? Ja, ja. Das braucht mich ja wirklich gut zu machen. Bei der Frage. Wenn ich das zu siedeln, ja? Dann kann ich darauf hier weiter siedeln. Das ist einfach so strategisch. Ja. Gut, dann machst du das jetzt. Stopp, stopp, stopp. Wir haben ja gepasst, du. Du hast jetzt die Aktion gemacht, also hier, ne? Das ist mit indirekter Nachbarschaft, wenn ich da in die Häusle gesteckle. Indirekt? Überhaupt nix. Gut. So, jetzt ist der Julian dran. Hat der doch schon gefasst, dachte ich. Nein. Nein. Ich setz mal hier meine Möße rein und mach so mit dem ersten Zehner-Kult voll. Ich hab sogar einen Schlüssel, um da reinzukommen, den ich jetzt nix mehr hab. Da hast du ihn. Ja, klar. Und du kriegst immer 3,8. Deswegen hast du es wahrscheinlich gemacht. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Hauptsächlich weiß ich, dass ich am Ende der Erste im Ding bin und schon mal 80 Punkte sicher habe. Ja. Gut. Das hast du gemeint. Ich hab mir gepasst. Also. Ja, natürlich. Schon lang. Schon lang. Schon lang vor dir, Jan. Ja. Achso, wir sehen wir noch in der selben Runde. Ich hab grad schon wieder. Wir haben ja gerade angefangen. Doch. So. So. Ich könnte jetzt. Natürlich. Dann hab ich nur gearbeitet. Schon lang scheiße. Ich könnte natürlich jetzt mal Christia mal ganz gut einsetzen. Und dann stelle ich hier hin. Und geh dann mit Platz 2 auf. Dabei dann, dass ich dann hier die Bons in zwei Schäden bekomme. Dann. Okay. Prohausen 7 Punkt. Ja, dann. Fertig. Ich bin auch mein Ferdinand überlegt. Ich könnte die Theodänischen Hausbauer auf die Kurschen. Du bist sowieso nicht dran. Jetzt muss der Julian dran. Ja, stimmt. Der darf erst mal was machen. Also du darfst trotzdem weiter über dich. Ja. Dann darfst du nicht. Ich glaub momentan setz ich ein wenig auf meine Siegpunkte, weil die am Ende wichtiger waren. Und vor allem. Das ist richtig. Hab ich in der nächste Runde ein wenig mehr Geld. Deswegen setz ich hier erstmal 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Dann bauen wir das hier. So, ich bin gleich hin. Das verheißt, das verbessert auch noch meine Stadt. Der Jan kriegt insgesamt 4. Mach! Und muss 3 zurück, wenn er es annimmt. Und weil ich in der Runde gebaut habe, darf ich 3 nach vorne. Ja. Schatz, ich gewinne sowieso nichts, wenn ich jetzt noch 3 zurück. 3 oder 4. 3. Du kriegst 4. So, er ist jetzt fertig, ne? Nein, nein, nein. Ja. Die haben schon gepasst. Das stimmt. Dann bist du. Ja gut. Mit 3 macht, kann ich mir hier so... Brücke. Ne, nichts Brücke. Weißt du, du willst das machen? Ich will da, da kann ich mir so ein Ding kaufen, ne? Ja. Dann mach ich das. Dann brauch ich 6 Geld. Dann viele, oder? Ich geb dir die fucking viele Macht. Ja, also ich wär dafür. Also ich wär dafür. Das muss ich aber nicht machen. Das gibt kein Problem. Ich wär nicht. War ich das und die 3? Was hast du jetzt gemacht? Was hast du hier für die 3? Du hast hier einen... Du hast hier einen... Äh, ja. Seck dich. Also ich geh mal 5 zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Und nehm mir mal 6 Macht. Scheiße. Sophie will 2, 6. Hatte zwar die Qualität, man muss zahlt sein. Wenn du meinst, gut, dann ist der... Ich bin dran. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, den in den Luftkult zu setzen. Nein. Nein. Du erreichst es ja sowieso nichts mehr. Wahrscheinlich, ne? Du hast ja nur noch einen Priester. Ja. Deswegen... Ich könnte jetzt auf den Feuerkult setzen, weil der die nächste Runde... Ja. ...macht. Okay, das bringt mir nichts. Es kostet mir jetzt mehr Macht, als es dann was ausmacht. Macht. Ach. Ist schlecht. Ja. Ich könnte mir jetzt einen Priester kaufen. Das würde mir nichts bringen. Das Einzige, was ich jetzt so machen könnte, wäre mir einen Priester kaufen. Das passt. Das passt. Ich hätte mir so eine Brücke kommen. Nein. Doch, könntest du sogar. Doch. Aber mit Machtabgabe. Also wenn du jetzt noch eine Brücke willst... Ich sag mal, ich passe. Ja! Du weißt schon, wenn du hier sowas gebaut hättest in der Runde und gepasst hättest, würdest du für jeden Ding... Hab ich, aber nicht. Ja. Stimmt. Und jetzt nehme ich mir mal... Nehmen wir doch das Macht. Nehmen wir doch das Macht. Nehmen wir das. Da krieg ich wenigstens etwas. Ich weiß. Kann ich mir nicht nochmal wissen. Ne. Ne. So. Jetzt wird Dominik nochmal dran. Ja. Ja. 2, 3, 4... Da will ich euch gut abholen. Ähm ja... Du darfst jetzt aus den 3... Ich hab da jetzt echtes Problem, weil der so nix... Mit Geld ist, ne? Ja. Ja. Die zwei Arbeiterregler. Und ich bin Stadtspieler in der nächsten Runde. Das quält mir irgendwie. Und du hast Macht. Ja, ich hab Macht. Ich räum schonmal hier ab. Das... Wir können ja natürlich das Schiff in die Macht nehmen, davon hab ich... und eine müssen. Ich weiß nicht, was so dummes mach ich wirklich. Wenn ich doch die Macht auseinander gehen. Ne, stopp, 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 stopp. Das geht doch nicht. Ich hab gesehen, ich kühlt ja hier, wo die vier macht. Das mach ich ja dann doch nicht, dann nehm ich ja die Arbeiter. Ist ja klar. Das hab ich jetzt spät gesehen, dass ich die vier macht, sowieso krieg. So. So. Und jetzt kriegt jeder wieder, der bei Luftkull vier hat, der Domni kriegt sogar zwei Schoffeln. Ja, ne? Das kann ich mit zwei Schoffeln bauen, kann ich wo... Du siehst auch. Zum Beispiel.